Das ist äh... Wow! Wow! Wow, das war 1 Meter an mir vorbei! Leute! Ich habe mich daneben geschossen! Da! Da! Ich bin da dran, ey! Nee, nee, nee! Sehr schön! Ich... Ich komme extra so ein... so... so... so sech... Ich habe mich erschossen! Ich komme so 600 Meter hinter dem... dichter der Straßenstelle aus dem Feld, weil ich dachte, da bin ich sicher. Und dann kriegt so ein Tracer an mir vorbei. So ein dicker... Fuck! Huhuhuhu... Ah! Nein! Ja, vielleicht! Mal gucken! Leo, hast du die Aufnahme gespeichert? Nee, ich habe es nicht laufen! Ah! Jetzt habe ich es mal laufen! Äh... Ich muss halt aber noch ein Königreich für ein Lama 2 gucken! Ja, gestern habe ich Teil 1 geguckt! Äh... ein paar Meter vorsetzen, bitte! Halt! Halt, 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 halt! Können wir uns mal einigen, wer da hinschießt? Ich komme mit meinen Tracern nicht mehr klar, welche von mir sind und welche von euch sind! Ja, die Treffen sind von uns! Das sind 800 Meter, auf denen ich schieße und genullt habe! Ich hatte gerade ganz kurz Angst, dass mein Sprit bald leer ist, als ich nach oben geguckt habe, aufs HOD! Äh... Okay, weiter vorrücken zur Straßensperre! Ja, wir können weiter vorrücken! Äh... Mondcat, wie macht man das, dass man kein Sprit hat? Bitte nochmal? Wie macht man die Config, dass man kein Sprit hat? Welche Class ist das? Class-Config? Kein Sprit! Kein Kraftstoff! Achso, Simulation! Das ist Simulation Bicycle! Oh, die gibt es noch? Ja, ja, noch! Ist gut ausgedrückt! Der Tank von deinem Fahrrad ist leer? Uh...